Bones Hmm, ein Boneser-Chef Ja, da gehen wir mal hin Und irgendwie Kommt die Sonne immer weiter rüber Als ob sie so wieder zurückkommen würde Ja, dann rein ins Boneser-Chef Also Dieser Fake kann irgendwie ganz schön viel Und dann ein Peach mit Das ist Pina Island Die Villain-Secret-Hightout muss da sein Na super Dann ihn nach Hoffentlich mit der Kanone Der Auftritt von Robo-Bowser Kapitel 1 Das sieht sehr nach einem Vergnügungspark aus Ob Vergnügungspark oder hin oder her Ja, wir müssen Peach retten Kostet es, was es wolle Was hast du hier vor? Auf dem Wasser Was ist passiert hier? Was ist los jetzt auf einmal? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Did the Perpetrator get away? Das sieht nach einem Bobo-Bowser aus Wie sollen wir gegen den denn antreten? Okay Was auch immer jetzt zu tun ist, wir müssen es wirklich schnell machen. Das Ding ist ja völlig außer Kontrolle. Ja, was müssen wir denn mit dem Kugelbild hier machen? Nun das, Obo rosa. Da verliest du gleich deinen Namen, ne? Eine Rakete. Und da ist Obo rosa. Das ist ne coole Achterbahnfahrt. Und abwärts. Oh oh. Wow. Wow. Immer diese Kugelbild, überall. Verdammt. Boah, es ist echt heftig wieder hier. Voll action und so. Boah. Nehm das! Ach so hoch. Was machen wir jetzt? Ach so hoch. Boah. Ach, mein. So, du stell dir in den Lachen. Boah. 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 ? Boah. Boah. A strange old man in a white coat gave it to me. A strange old man in a white coat? Well, why would you pretend to be Mario? Papa told me everything. He said, Mario's a bully. He never fights fair. He said, Junior, you gotta try to outsmart Mario. So I tried to get Mario to catch the prison. But they didn't lock him up. And now he came to steal Mama Peach again. You! You pests! Don't follow us! No, not again. It appears to be heading toward Corona Mountain. Oh, dann fliegen sie schon wieder. Nah zuvor. Also, wieder hinterher. Aber Gott sei Dank haben wir ihn endlich besiegt, diese Roboter. Was soll ich? Doch! schon nicht einfach war. Sagen wir es so. So, wo wir jetzt überall anders schon zwei Aufgaben gemacht haben, machen wir sie hier auch. die zweite Aufgabe. Zweite Aufgabe ist das Geheimnis der Sand... Ah, nicht Sand, Strandkanone. Also, das Geheimnis der Strandkanone. Wie komme ich auf Sand? Vielleicht wegen den Sandbogen vorhin. Okay. Dann mal auf. ja diese bomben werden dir bestimmt schmeckt ja da würde ich besiegt ja das ist so feig und geht nachher wollen wir die einfach nicht schon reden ja toll mhm 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 gut also wir müssten einfach ein bisschen aufpassen ja das war fast richtig so da hoch da hoch da nein da hoch da hoch da hoch da hoch okay was passiert hier naja so dann eine bessere kameraeinstellung und nein das nächste ist hier schon wieder nicht das polster jetzt auch noch das ist ja noch nicht mal so kompliziert mit diesem polster naja also die verschwinden ein nach dem anderen dann das ist ja sicher sehr süß das ist ja es ist ja der den der das ist ja ja das ist ja und leider dass wenn ja wo soll ich denn anfangen ist in richtung vulkan gegangen also zumindest diese und wusste vulkan hier vielleicht drinnen sind sie noch küssen aus kisten also ok keine belohung zu kisten zerstören kisten zerstören acht doppel kriegen sunshine er ist ja immer mehr früher sagen können dann hätte ich mich noch mehr gestrengt aber so 13 und natürlich speichern so und was im nächsten part vor sich geht das erfahrt ihr halt dementsprechend erst im nächsten part klingt logisch oder naja ok also wir sehen uns hören uns zum nächsten mal wieder also bis dahin und ciao